Ich habe mich selbst übertragen. Ein Monster. Ich kann nicht mehr, das ist geil. Das ist Riese mit roten Haaren. Nein, das ist viel besser. Jens, weißt du, wer das ist? Super Mario. Das bist du. Das ist meine wahre Gestalt. Schön Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Format für euch, die Tryunity. Und heute habe ich mal den IT dabei, der wohl den Jens Huckelpock trägt. Hallo. Moin. Die Wusel. Hi, hi. Und den Gutschein. Hallo. Wir haben ein, wie gesagt, ein niegelnagelneues Format. Und zwar heißt es, Versuche nicht zu bauen. IT ist auf die Idee, kaum für den Namen. Er erklärt alles. Um was es in diesem Format geht? Wir haben hier einen Bereich, in dem, wo gebaut wird, heißt jeder... Okay. Was war das hier? Alles klar. Keine Ahnung, wieso, dass ich jetzt da runtergepackt bin. Ich verstehe das Auto. So. Auf jeden Fall darf jeder einmal bauen. Und es geht eigentlich eher darum, dass der andere errät, was derjenige baut. Zum Beispiel, darf ich jetzt hier bauen? Und währenddessen müssen die anderen erraten, was ich hier baue. Und der, der es als erstes errät, der bekommt einen Punkt. Und wer zum Schluss am meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Ich würde sagen, wir haben gar nicht lange. Los geht's. Wer neu ist und der Tryunity beitreten möchte, kann gerne unten abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Ringgeschäft. Wer fängt an? Gewonnen. Gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Aldi, du kannst nicht ziehen. Mach das wieder weg da hier. Nee. Geht gar nicht. Aldi will anfangen. Okay, warte. Ich geh mal zu meiner Farbe. Jeder geht mal zu seiner Farbe. Aldi, du bist falsch. Und Aldi darf das bauen anfangen. Los geht's, Aldi. Ich baue was, was ich gut kenne, schon lange. Ein Mettbrötchen. Nee. Ich baue jemanden, den ich schon kenne. Ist das Alterbeule? Nee. Wer ist das dann? Milch-Bubi? Au, dieser Faker. Wer ist das? Das sieht aus, ein Teletubi. Nee. Hä? Was ist das? Teletubi. Wer trägt das? Ja, wer ist das? Bestimmt Beule Eiter. Der Wipex, wenn das heißt. Stein. Eiferstein. Eiferstein ist ein Stein. Was weiß ich? Mooooon. Wie geil ist das eine Eiterbeule? Was hat der... Was hat der... Auge? Was ist denn die Nieren? Es ist ein Eiterbeule mit Brille? EILF! Nelzbeule. Was ist denn eine Beule? Ey, das ist doch voll leicht. Ja, was soll das sein? Nelson Mandela, Martin Luther. Nee. Das ist Oma Roswitha! Ja! Ja! Ja, als ob ich es musste. Juhu, ich bekomme einen Punkt. Gut gemacht, IT. Jetzt. Ich habe es erst gereinigt mit den grauen Haaren. Oh, Mann. Ähm. Da ich jetzt das erste Mal das erraten habe, muss ich nicht. Aldi ist dran. Ladies first. Ich bin kein Weib. Doch. Ladies first, ich bin kein Weib. Aldi ist dran. Ich bin kein Weib. Okay, Aldi, fang an. Was hast du uns zu zeigen? Loch. Nichts. Nee, morally. Äh. Ey, Aldi, wir sind hier nicht bei vergrab, dich! Ich hab Tone gefunden! Man, Jens. Das kommt aus dem Loch. Aldi, okay, fang an. Das ist ein Iglu Eis Okay, Eis Eis Plus Moment Eis plus Okay Eiszeit Eisstein Steineis Alpha Eis Eisstände Eis 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 Mensch Leanderthaler Eis Mensch Inuinio Wie heißen Inuinio Eskimo, Inuit Das ist da Dieses Wort Das ist ein Was ist das? Eskimo, Eis Mensch, Eis Das ist der Minderkopf Nein, Zeitman Eis, Mann Eis, Mann Nein, das hat er nicht Okay, was baut Jens jetzt? Ich bin mal gespannt, was da rauskommt Ich weiß es Was ist es denn, Alty? Secksdose Ja, baut eine Wand Zwischen uns Donald Trump Oh Gott Wird das Fußball? Ja, Jens, ich hab'n Krossen auch Ja, ich wollte das gerade sagen Ey, da bist du jetzt hier mal schneller Wenn du das mit der Hand baust Da hast du mit Rolltetisch Ne, ne, das ist schon schneller Drei Stunden später Denkst du dir jetzt mal an, wie gehen die Schilder aus? Wobei Das ist ein Blumenkasten Na dran Es ist Ein Schminkasten Das ist das neue Tri-Shirt Tri-Shirt Tri-Shirt.de Das ist dein Tri-Wert Daher hab' ich meine Käppi-Buch Ja nur Ne Ruße Das wäre ne Truhe Lass dich halt mal ausreden, I.T. Es ist Truhe Bumm, da hat das Wort Schatztruhe Ich wollte es durch Holz replacen noch Das ist jetzt eine Müll-Truhe Komm, wir sind zehnmal schnell Wenn wir es mit der Hand abbauen Als wenn Jens mit dem Müll-Truhe baut Okay Wer ist jetzt dann? Die Wusel-Grusel Okay Wusel, was brauchst du denn schönes? Also Arschi Ein Hauf von Tüll Ja, ein Hauf von Müll Erstmal Wie ist das so durch Sand geplaced denn? Okay, Sun Kuramide Ja, das wollte ich dir jetzt auch gerade sagen Wusel aus den Löchern Wüste Wüste Sun-Kasten Kaktus Mario Recycling Wie kommt der jetzt auch Recycling? Ja, grüner Punkt Atomreaktor Oh Mann Kaktus Wüste Kaktin Savanne Wüste Aua Indiana Indiana Jones Großes grünes Ding Gute Idee, aber nein Großer, grüner Kaktus Dein Zuhause Zuckerrohr war fast Ist so ähnlich Bambus Ja Weiß, ob es Bambus ist Da hättest du einfach ganz normalen Bambus hinsetzen können Das ist doch mein Bambus Es gibt keinen Bambus in Minecraft Das ist Zuckerrohr Okay, äh, der Letzte, den wir noch nicht gebaut haben Bin wohl ich Wieder Ich weiß aber nicht, was die Bounce haben Da kann ich einen Witz kurz zum Über... Geht ein Panda über die Straße Bambus Bin ich doof? Das ist keine Ahnung, der war irgendwie so flach Wo ist er denn, ich hab schon da? Geht ein Panda über die Straße Der läuft rüber und dann Bambus kommt Boah, hat sich auch die Kaline Wer baut jetzt Zombie-Ambäermaschinen? Okay, pass auf, es ist ganz easy Ganz easy to use it Scheiße Das ist ein Biber Das ist Asynchron Computer Nee, ist besser Da kann man durchfliegen Lauch? Nee Nee Ja, nee, das ist besser Ein Clown Ein Clown Viel, viel besser Ein besochter Mensch Aldi Ich hab mich selbst... Ich hab mich selbst übertragen Ein Monster Ich kann mich... Das ist geil Das ist Riese mit roten Haaren Nein, das ist viel besser Hä, rote Haare oder was? Ich hab doch auch rote Haare Mr. Moor Game Mr. Moor Game Der ist genauso breit Jens? Ich bin von deinem Eberwitzschiff Jens, weißt du wer das ist? Super Mario Was willst du Jens? Was bist du Jens? Bekommst du auf Brot? Weil du im Auge versuchst du lustig zu sein wie ein Kerl Das ist der innere Jens Das ist meine wahre Gestalt Und wie hast du jetzt erraten? Keiner Keiner Doch, ich hab's gesagt Ich glaub, er hat wirklich gesagt Echt jetzt? Komisch, wenn man Social Spy anhat Alles ab! Und gerade... Dann hat Fuß in den Punkt Alles ab So, IT ist wieder dran Ja, also los jetzt Ähm, okay Jetzt brauchen wir etwas Charme und Gefühl Charme und Gefühl Charme und Gefühl Nein, ich will nicht mehr Alter, was brauchst du? Eiterbeute Nein, du Nein! Nein! Rosa Vita Rosa Rosa Ist das dein Sohn? Keine Oma Rosette Ah doch, in meiner Welt schon Es ist eine alter Beule Das wird das jetzt schon Das ist Katja Gibt's ein Doggy Was ist das? Was ist das? Doggy Style? Nein! 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 Ich weiß das nicht! Nein! Das ist Oberweite Ja, sag mal Nein Nein! Nein! Richtig! Ich hab doch nur Katja gesagt Ja, aber du hast die nicht komplett gesagt Mach die Notfallnippe weg YouTuberin Oigzi Ja, sie macht die Männer glücklich Du bist so großer immer Alty, schau mal her Nicht weinen Ich bin doch da Wegrennen Wegrennen Du warst da Ja, ich hab Alles in place Tobi Nee, Alty Du bist da Bist da Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Es ist ein Iglu. Eismann! Ich hatte recht, oder? Nein. Das ist ein Gutschein! Nee, leider nicht. Eismann kommt wieder so was. Nein! Dann brauchen wir... Ja, nehm einfach mal den Kopf. Okay. Dann kriegt er nur noch Hose, weil es gab damals nur noch Hose. Es gab damals so. Ich wette zu 100% erbaut mich. Neandertalerhöhle. Indorin. Was ist das? Nein. Ich weiß es! Nein. Dann sag mal Eismann. Was ist das? Das ist Ötzi, Ötzi ist das! Ja. Oh, geil! Mann, Aldi! Ich hab jetzt drei Punkte. Warte. Okay, dann ist die... Brusel, grusel! Okay, ähm... Was warst du denn? Ein Dönerspieß! Was? Das ist ne Maschinenpistole! Nein! Kann ich damit jemanden töten? Könntest du? Eine Sniper? Tötest du? Das hab ich schon gesagt. Da hat's auch nichts gesagt. Ne... Allgemeine Waffe? Eine epische Sniper aus Fortnite. Ein Göttling, der Schatz! Ne Portalgun. Wo ist vorne, wo ist hinten bei dem Ding? Tja, das würde ich auch gewiss. Ein kaputtes Raumschiff! Ein kaputtes Raumschiff! Ein kaputtes Raumschiff! Raumschiff! Flammenwerfer! 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 Ja, Tobi! Hey Tobi, Hex aus! Hex aus! Welche Hex? So! Jetzt ist Jensi dran! Mit dem Bauen! Alter! So, ich frage noch einen Punkt! Da hab ich eigentlich schon gewonnen, ey! Das ist viel gut! Ich wette es zuhundertprozent ernst bauen um mich, weil ich ihn gerade gewohnt hab! Ist es Tobi? Ich weiß es! Ach komm! Das hab ich doch gerade schon gesagt! Du hast nur ich gesagt! Ich weiß es! Ja, das bin ja ich! Das zählt einfach nicht! Hey, wieso zähl ich nicht? Weil ich kann auch ich sein! Mann, das bin aber ich! Ich kann auch ich sein! Naja, du kannst... Alter! Du kannst mich mal! Das zähl... Alter, nee! Ja, genau! Ein Ziffer! Verunschalte mich noch mehr! Also, ich muss ehrlich sagen, Drogen hatte ich noch keine genommen und Diamant hatte ich auch noch nicht! So reich bin ich noch nicht! Alter, was macht ihr denn? So lange Rottfahne hab ich jetzt auch wieder nicht! Wer ist dran? Ich bin dran! Ohhhh! Okay! Ich hab ne gerne Ideen! Ich hab ne gerne Ideen! Aldi Gutschein! So! Es gibt dich ernsthaft als Scheiß! Wenn ich jetzt ehrlich sein würde! Wollte ich das wirklich bauen! Alter, ihr habt's wirklich erraten! In einem 0,1 Sekunde! Ich wollt wirklich jetzt den fucking Aldi Gutschein bauen! Ich hab dir nen Punkt Aldi! Das ist doch Wahnsinn! Leck und Bier! Okay! Okay! Aldi bekommt auch nen Punkt! Verdammt, Alter! Dann ist jetzt... Aldi wieder dran! Ich bleib dran! Ja! Okay Aldi, los geht's! Ey, das erratet ihr nie! Okay, jetzt bin ich gespannt! Jetzt wird's schwer bei mir auch! Okay, aber... Aber das kennt man eigentlich, ne? Paluten! Nein! Spinnnetz! Aldi Gutschein! Er ist ziemlich bekannt! Lidl! Nee, nee! Aber er ist auch bekannt! Aldi! Aldi ist nämlich bekannt! Hau da, du! Ich bin doch nur so'n komischer Gutschein! Mein Hausarzt, der im Kerl... Was? Was ist denn das? Hä? Was? Hä? Ey, das ist ein ganz bekanntes Produkt aus dem Supermarkt! Mettbrötchen! Nein! Reis! Das ist Reis! Zwiebelmett! Nein! Kornfleks! Hackfleisch! Aldi am Spieß! Eis am Stiel! Korn! Steck dich gleich auf den Spieß, Tobi! Apfelsaft! Apfelschorles! Apfelmoos! Ja, es ist Apfelsaft, klar! Weil Aldi immer viel mit Apfelsaft macht, oder? Nee! Hä? Was ist denn Aldi? Was ist denn das? Ey, das sagt man das! Das ist ein Elfmann! Hundefutter! Das kennt man doch! Nee, eigentlich nicht! Hengstenberg! Ahoi! 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 Ich bin dran! Ja! Du bist dran! Ahoi! Ahoi! Aber noch nicht fertig! Moment! Geburtstagskuchen! Geburtstagtorte! Torte! Gefüllter Kuchen! Schokokuchen! Hiblettkuchen! Minecraft Kuchen! Kuchenteller! Kuchenlöffel! Kuchenmesser! nach tisch nach fisch und kaffee kuchen kaffee kuchen nein das war's mit dem neuen format versuche nicht zu bauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich mega überleicht und ansonsten danke an alle die vor dabei waren bitteschön alle siehst du besonders gut aus gell ansonsten wenn ihr mehr versuche nicht zu bauen folgen sieben schreibt unten in die kommentare macht gut bis zum nächsten mal ringeschütt tschau